Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. Im heutigen Video würde ich euch gerne 5 unterschiedliche Websites zeigen, auf denen ihr Geld verdienen könnt und das sogar mit relativ wenig Aufwand. Heute in diesem Video möchte ich mit euch über passive als auch aktive Einnahmequellen sprechen und euch vor allen Dingen Methoden zeigen, die ich auch tatsächlich selbst verwende. Es soll vor allen Dingen heute hier in diesem Video um Plattformen gehen, wo ich auch ehrlich zugeben muss, da braucht ihr absolut kein Startkapital, ihr könnt direkt loslegen und könnt damit Geld verdienen. Und ich denke, viele von euch werden sicherlich sagen, aber Leon, das kann man immer so leicht sagen, man braucht nirgendwo Startkapital, aber wirklich, heute soll es um Plattformen gehen, wo ihr kein Startkapital benötigt, sei es zum Beispiel so typische Stockplattformen, sei es zum Beispiel Umfrageplattformen, sei es zum Beispiel Kursplattformen, wo ihr Geld verdienen könnt, indem ihr nicht Kurse verkauft, sondern indem ihr Werbung schaltet. Über diese unterschiedlichen Plattformen und einige weitere würde ich gerne mit euch heute hier in diesem Video sprechen. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran, wenn ihr neue Methoden kennenlernen möchtet, um Geld im Internet zu verdienen. Und ich sage euch schon mal Folgendes, auch bei vielen von diesen Plattformen sind wir wieder die First Mover, das heißt, wir sind die ersten Leute, die auf der Plattform hier unterwegs sind und ich bin mir sicher, dass wir über diese Plattform tatsächlich sehr, sehr, sehr gutes Geld verdienen können. Bevor ich hier doch mit euch über diese unterschiedlichen Methoden spreche, habe ich auch nochmal eine persönliche Empfehlung für euch und die Empfehlung ist ein YouTube-Kanal, den ich absolut fantastisch finde und den ich sehr, sehr gerne schaue, nämlich der Kanal von einem sehr guten Freund von mir, nämlich vom Niklas Beck. Ich habe euch mal den Kanal in der Videobeschreibung drin verlinkt. Er macht vor allen Dingen Videos rund ums Thema Geld verdienen, alternative Investments und finanzielle Freiheit. Er spricht vor allen Dingen über Themen, die ich hier auf dem Kanal nicht in dieser Form anspreche und wo ich wirklich sage, ich finde die total interessant. Das heißt, falls ihr auch euch mit solchen Themen beschäftigen möchtet und ihr möchtet mehr Wege kennenlernen, Geld im Internet zu verdienen, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein, klickt am besten auf den Abonnieren-Button und auch nochmal auf die Glocke, weil dann verpasst ihr wirklich keines von seinen Videos mehr, weil wie gesagt, dann schaltet ihr hier einfach die Notifikationen an. Deswegen toller Kanal, ich schaue ihn wirklich, wirklich gerne und ein Link zu ihm befindet sich in der Videobeschreibung drin. Kommen wir dann zurück zum eigentlichen Thema und ich möchte mit euch tatsächlich mal über eine Plattform sprechen, die ich schon mal besprochen habe, aber ich habe jetzt eine neue Methode herausgefunden, die sehr, sehr vielversprechend ist, nämlich ich habe eine Anfrage bekommen, von einem tatsächlich von meinen Schülern und die Person meinte zu mir, hey, kennst du eigentlich das Affiliate-Programm von Lingoda beziehungsweise auch das Content-Creator-Programm? Und das ist tatsächlich etwas, wo ich mich jetzt gerade bewerbe, wo ich euch noch nicht extrem viele Dinge sagen kann, das möchte ich euch ganz offen und ehrlich zugeben. Ich möchte jetzt also nichts sagen, von dem ich keine Ahnung habe, aber Lingoda scheint hier Folgendes derzeit zu machen. Für die Leute, die vielleicht Lingoda nicht kennen, das ist einfach eine Sprachenplattform, wo man also praktisch lernen kann, wie man eine spezifische Sprache spricht und hier haben die jetzt ein Content-Creator-Programm auf den Weg gebracht. Und man sieht es hier zum Beispiel, Lingoda ist ein Online-Language-School that connects students worldwide with native-level teachers in live classes to learn a language with almost 550.000 classes a year and students in nearly 200 countries. Also ihr merkt schon, das ist eine riesige Plattform und die suchen jetzt also nach Content-Creatoren. Ich weiß noch nicht genau, ob sie tatsächlich die Content-Creator bezahlen. Ich gehe davon aus. Es gibt aber auch die Möglichkeit, ein Affiliate für die Plattform zu sein, was auf jeden Fall dann eine Möglichkeit ist, um Geld zu verdienen. Ihr könnt hier jede Zeit zum Beispiel auf Affiliate-Programm-Broschure draufklicken, dann im neuen Tab öffnet sich das Ganze, dann könnt ihr euch das Ganze durchlesen, falls ihr das möchtet. Und anschließend dann könnt ihr direkt schon mit der Promotion beginnen und könnt euch hier so mal die Key-Facts und dergleichen durchlesen. Und zum Beispiel hier sieht man For Affiliates, 50 Euro pro Sale, 60 Euro pro Sale after 10 Sales. Und dann 75 Euro pro Sale after 20 Sales. Und das kann natürlich irgendwann richtig, richtig viel Geld werden. Und dementsprechend finde ich das ganz interessant, genau solche Dinge zu promoten, wo ich halt weiß, dass ich durch meine Reichweite den natürlichen Vorteil bringe und zur selben Zeit auch selbst sehr gutes Geld damit verdiene. Und deswegen glaube ich auch, dass das Content-Creator-Programm für mich persönlich ganz interessant sein könnte. Warum erzähle ich euch das Ganze? Wenn einer von euch vielleicht ein kleiner Influencer ist, ihr habt vielleicht ein paar Hundert, ein paar Tausend Abos auf YouTube oder Instagram oder wo auch immer, dann natürlich bewerbt euch doch auf solche Dinge. Weil es ist immer eine Möglichkeit, Connections aufzubauen. Es ist immer ein Weg, Geld zu verdienen. Und wenn natürlich die Plattformen sagen, hey, wir zahlen dir kein Geld dafür, dann muss man halt sagen, okay, ich mach's nicht. Weil dann ist es tatsächlich oftmals so, dass viele Plattformen sagen, ach ja doch, wir können dir zumindest eine kleine Summe oder irgendwie sowas zahlen. Und ich weiß nicht genau, bei Lingoda, wie die es tatsächlich handhaben werden, ich werde auf jeden Fall eine Affiliate-Filiate-Plattform werden. Dann eine weitere Plattform, die ich sehr spannend finde und ich denke mal, viele von euch kennen die sicherlich, ist die Plattform Nagern. Und einige von euch haben mich auch in der Kommentarsektion gefragt, Leon, warum stellst du diese Plattform hier nochmal vor? Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass der Kanal jetzt relativ schnell gewachsen ist. Und ich gehe davon aus, dass sehr viele von euch die Plattform bisher noch nicht kennen. Auf der anderen Seite ist es aber auch etwas, was ich persönlich mache und wo ich sage, ja, das ist interessant für mich und ich glaube auch, dass es interessant für euch sein könnte. Was ist das für eine Plattform? Hier könnt ihr Geld dadurch verdienen, dass ihr erfolgreiche Trader kopiert. Es gibt dann also hier auf der Plattform die sogenannte Autocopy-Funktion und die könnte ich zum Beispiel einen Trader aussuchen und können dann sagen, okay, ich möchte diesen Trader eins zu eins kopieren oder vielleicht auch nicht eins zu eins kopieren und nur halt nur bestimmte Trades von der Person übernehmen beziehungsweise kopieren. Und wenn also zum Beispiel dieser Trader hier Gewinne erzielt und die kopiert diesen Trader, dann natürlich erzielt auch ihr Gewinne. Und das Tolle ist, das kann halt irgendwann richtig viel Schotter sein. Zum Beispiel hier sieht man die Top-Leader diesen Monat, zum Beispiel Gold-Experte mit 142.777 Dollar und 61 Cent, was natürlich der absolute Hammer ist und 627 Leute kopieren ihn. Und wenn ihr jetzt sagt, oh Gott, wie mache ich das denn? Wie kann ich denn auch ein Teil davon werden? Einfach nur hier unten auf Autokopieren draufklicken und schon geht es los. Falls euch das Ganze interessiert, dann schaut auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung rein, weil dort befindet sich ein Link zu dieser Plattform. Eine weitere Plattform, die ich für absolut unterbewertet halte, ist diese hier namens Casa Doe. Und Casa Doe ist eine Plattform, auf der ihr Geld verdienen könnt, indem ihr Umfragen ausfüllt. Und ich denke, einige von euch werden sicherlich sagen, naja, die Plattform, die sieht jetzt nicht so modern aus und hier oben steht auch Wohnsitz Österreich. Ich habe ganz, ganz viele Leute jetzt schon auf die Plattform hier weitergeleitet, die nicht aus Österreich kommen. Dennoch hat halt die Anmeldung sehr gut funktioniert und vor allen Dingen ist es eine Plattform, wo ich sage, die ist seriös. Es gibt halt sehr viele Umfragen, Plattformen, wo ich ehrlich zugeben muss, die möchte ich halt hier nicht auf dem Kanal vorstellen, deswegen mache ich es auch nicht. Aber zum Beispiel diese Plattform hier ist tatsächlich seriös, zahlt aus und es ist vor allen Dingen eine recht profitable Plattform, wenn man sich einfach mal das Ganze anschaut. Nämlich hier, CasaDuo ist die nette Art, an Online-Studien teilzunehmen und dafür belohnt zu werden. Immer freiwillig, immer kostenlos, 70 Cent bis 3 Euro pro Online-Fragebogen und 5 Euro bis 50 Euro für Video-Interviews. Wenn ihr keine Video-Interviews machen möchtet, müsst ihr es nicht machen. Wenn ihr sie machen möchtet, klar, dann könnt ihr halt hier jede Zeit mit Geld verdienen. Ihr müsst einfach nur hier unten eure Daten eintragen, klickt anschließend dann auf Registrieren und schon geht es los. An dieser Stelle möchte ich aber nochmal sagen, es ist keine Schnell-Reich-Wern-Methode, es ist keine Methode, mit der man jetzt über Nacht auf einmal 1000 Euro verdient. Es ist wirklich einfach nur eine kleine weitere Einnahmequelle und anders sollte man das Ganze auch nicht titulieren. Genau deswegen hier nochmal einfach diese Information. Falls ihr auch damit starten möchtet, Link dazu ist wieder in der Videobeschreibung drin. Dann eine Plattform, wie ich zum Beispiel auch zu finden bin, ist diese hier namens Ellison. Ellison ist eine Plattform, auf der man Kurse publizieren kann und das Tolle an diesen Kursen ist, dass sie alle kostenlos sind. Und natürlich in meinem Fall kann ich leider nicht wirklich meine Kurse von Udemy hier publizieren, weil klar, auf Udemy kosten sie Geld, hier kosten sie kein Geld. Das wäre ja nicht so schön, genau deswegen publiziere ich keine Udemy-Kurse hier auf der Plattform, sondern produziere extra Content und den verkaufe ich anschließend dann oder biete ihn kostenlos an. Und viele von euch werden sicherlich sagen, wie kann man denn durch kostenlosen Content Geld verdienen? Recht simpel, indem man Werbung schaltet. Nämlich die Plattform sagt sich, okay, wir machen einfach alle Kurse umsonst und die Leute, die Dozenten, wenn du dich bezahlst, dass halt die Schüler einfach Werbung gucken. Das heißt, in diesen Kursen befindet sich einfach ein bisschen Werbung drin. Da ist dann zum Beispiel links, rechts, oben, unten oder irgendwo vielleicht im Video mal kurz ein bisschen Werbung drin und die Dozenten werden natürlich daran beteiligt. Und für mich als Dozent ist es super, weil ich halt einfach eine weitere Einnehmerquelle gefunden habe. Die haben riesige Kooperationspartner und vor allen Dingen ist es eine Plattform, die schon seit einiger Zeit existiert und die vor allen Dingen in einem Markt ist, wo ich ehrlich zugeben muss, das ist ein Markt, den ich normalerweise nicht so erreiche, nämlich UK. UK ist relativ schwer zu erreichen und hier habe ich halt genau diese Plattform, die dort bereits Fuß gefasst hat, die viele UK-User hat und wo ich dementsprechend gutes Geld mit verdienen kann. Ihr könnt einfach mal hier oben auf Earn on Alison draufklicken und dann habt ihr, wie gesagt, die unterschiedlichen Möglichkeiten und habt, wie gesagt, hier Möglichkeiten, wie ihr Geld verdienen könnt. Und dann eine weitere Plattform, über die ich gerne besprechen möchte und das ist tatsächlich die letzte Plattform für das heutige Video, ist diese Plattform hier namens 123RF. Wenn ihr Fotos anbietet, dann gibt es natürlich solche großen Plattformen wie Shutterstock oder Dreamstime oder dergleichen und es gibt aber auch kleine, auf denen man auch Geld verdienen kann. Nicht viel, aber ein bisschen. Und eine von diesen Plattformen ist 123RF. Zum Beispiel, wenn ihr schöne Fotos im Urlaub geschossen habt und ihr habt vielleicht eine tolle Digitalkamera dabei gehabt oder auch einfach nur ein sehr gutes Handy, viele Handyfotos werden auch angenommen, dann könnt ihr sie hier jederzeit verkaufen und könnt damit Geld verdienen. Ihr könnt ja einfach mal hier unten hingehen, könnt dann hier unten auf Partner werden draufklicken und könnt dann, sagen wir jetzt mal hier, sagen wir jetzt mal die Informationen euch durchlesen und könnt direkt euch anmelden. Es ist vor allem eine Plattform, wo ich sage, ja, da kann man tatsächlich auch Geld verdienen und wenn ihr mal online nachguckt, werdet ihr sehen, dass es auch viele Leute gibt, die tatsächlich hier bereits Einnahmen erzielt haben. Genau, das war es dann tatsächlich heute auch hier schon für dieses Video. Ich danke euch vielmals. Schaut auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung rein. Dort befindet sich nämlich ein Link zu Casadoi und auch nochmal ein Link zu Naga. Das heißt, falls ihr auch diese erfolgreichen Trader kopieren wollt und nicht ein passives Einkommen aufbauen wollt, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dies soll selbstverständlich keine Anlageberatung sein. Kürze und wo man mal darüber nachdenken kann beziehungsweise wo ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen könnt, falls euch das Ganze interessiert. Nochmal die Registrierung ist super, super schnell und vor allen Dingen müsst ihr kein Geld investieren. Ihr könnt euch erst mal das Ganze anschauen, wenn ihr sagt, hey, das ist was für mich, dann könnt ihr Geld investieren. Wenn ihr sagt, das ist nichts für mich, dann natürlich könnt ihr auch jederzeit den Account wieder löschen. Gut, das war es nun hier für dieses Video. Links zu den beiden Plattformen sind in der Videobeschreibung drin und ich hoffe, dass wir uns bald in einem von meinen anderen Videos wiedersehen können.